noch hier Trick-Track die Trick-Track dann noch die Thundercorel und noch eine 3 Inch TS das sind wir auch raus so dann gehen wir mal zum Necking also ich hoffe die wird gut los mach warte warte das ist ein das ist ein das ist ein so jetzt hier 3 Inch TS jetzt kommt 3 Inch TS oh jetzt kommt 3 Inch TS oh alter Eischal alter leck mich am Arsch wie ein Düschenjet alter mach kurz vor mal wer willst denn da hier denner so jetzt äh wären der Tricktrak gezündet dann geben wir der andere so und der Blackhunter also jetzt kommt der Blackhunter ja zwischendurch habe ich gefunden also Zinar noch renn weg ja ja nog